Please welcome from Austria in the final Patrick Schnetzer and Marcus Pröll. Ihre Gegner in heutigen Finale haben ebenfalls einen ganzen Medaillensatz von Kviers bereits zu Hause. 2016 Rang 3, 2017 World Meister, 2018 Rang 2. Heute wird eine Medaille davon verdoppelt, entweder die Goldene oder die Silberne, sind Gerhard Mladi und Ben Mladi aus Deutschland. Das helft alles mit Berliss Graz & Wolf, den Fotos in Berlin im Marty! Heeeeee! Na, ich bin hier für thrillig für Marcai Badies-Pil aus der Trance. Mass-Commissioner Marcel Badies-Pil, aus Switzerland. Das war's für heute. Halt! 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 Naf. 1 min. zu Pernster für Österreich, Patrick Schnattert, Tötas ein Tillungen! Austria scores the first goal of the match. Austria leads 1-0. Austria scores the first goal of the match. Austria score scores the first goal of the match. Austria scores the second goal of the match. The team is one to two. Austria is the first goal of the match. Auf geht's und auf geht's, auf geht's und auf geht's, auf geht's und auf geht's, auf geht's und auf geht's. 2.1 und an 1.2 für Österreich. 2-1 2-1 2-1 3-2 3-2 3-2 Dank de treffe von Markus Pruhl Marcus Pruhl scores the third goal for Austria they lead 3-1 UNTERTITELUNG 3. Oh 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 Let's go at number four by Schnitzer. Let's go! 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 Das war's. Schöner Stoffelkosby und Treffer von Nick Schnatter zum 7.21 für Österreich. Schöner Stoffelkosby und Treffer von Nick Schnatter zum 7. Musik Ich hab' nicht gesehen, ich hab' nicht gesehen, es war so wunderschön. Musik Ich will noch mehr nach oben, von dieser Explosion. Ich hab' so viel gesehen, von dieser großen Welt, du hast noch mehr nach oben. Musik Musik Jetzt geht's von vieles, vieles hin. Komm noch mal her, du bist eine süße Welt. Du bist so attraktiv. Ich will dir echt was tun. Musik Jetzt geht's weiter mit 4m für Deutschland. Musik Musik Wer Blani scores the penalty goal, Austria 7, Germany 3. Austria 8. Nagel. 4 zu 8, 2 Minuten sind noch zu spielen. 2 Minuten zu spielen, Austria-AIDS-Germany 4. 2 Minuten zu spielen, Austria-AIDS-Germany 4. 2 Minuten zu spielen, Austria-AIDS-Germany 4. 3 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 Minuten zu spielen, Austria-AIDS-Germany 5. 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 Hier zum sechsten Mal weltweiser Patrick Schnetzel und Markus Branden Siegern wird 8 zu 6 gegen Jörgert und Ben Pladi. Austria gewinnt die Finale der UCI World Championship mit 8 zu 6 gegen Deutschland. Wir kommen nun zur Siegerierung im Radball und Notmittelbarthalt zur Schlussferie. Alle Delegationen, bitte vorbereiten sich für die Zeremonie sofort nach der Zeremonie-Zeremonie-Cycle-Poll. Bitte unter der Körner.